Was geht ab Schildkröten-Gang? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Leute, heute muss ich extrem leise sein, denn heute werde ich einfach meine Freunde Ussi und meine Schwester Elli komplett pranken. Und zwar, Leute, im Gym-Simulator. Ich habe hier einfach so viel gespielt, dass ich mittlerweile in einer neuen Stufe angekommen bin. Und zwar bei 170.000, da sieht man dann einfach wieder so aus. Und was mir aufgefallen ist, Leute, in dieser Stufe hier sieht man eigentlich fast schon aus am Anfang, wo man noch extrem dick war. Und genau damit werde ich jetzt meine Freunde komplett pranken, Leute. Das heißt, sie werden richtig denken, dass ich ein Noob wäre. Wir machen einfach meine Aura aus. Aber in Wahrheit bin ich der absolute Pro. Okay, warte, ich entstumme mich einmal ganz schnell. Yo, Elli, yo, Ussi, was geht ab? Seid ihr am Start? Was geht ab, Oxy? Wo bist du gerade? Hey, Oxy, ja klar sind wir am Start. Ich und Ussi spielen gerade aus. Wir sind bestimmt viel weiter als du. Haha. Oh Mann, stimmt. Ihr seid bestimmt viel weiter als ich. Hey, Ussi, Elli, wo seid ihr denn bitte? Seid ihr etwa beim Strand oder was? Oh ja, ganz genau beim Strandgym. Warum? Oh, beim Strandgym. Okay, Schildkrötengang, was meine Freunde nämlich nicht wissen. Ich bin schon in der nächsten Etage, Leute. Ich kann hier noch gar nicht hinkommen. Und ich bin einfach super stark. Schaut euch das mal an, Leute. Oh yeah. Na gut, ich würde sagen, Leute, lasst uns mit dem Prank direkt beginnen. Lasst ein Like und ein Abo dann in den nächsten drei Sekunden. Eins, zwei, drei. Like abonnieren. Und ich würde sagen, ich gehe direkt zu meinen Freunden. Let's go. Auf geht zum Strandgym. Let's go. Und boom, direkt beim Strandgym angekommen. Ja, Ussi, was geht ab? Jetzt bin ich auch endlich am Start. Okay, Freunde, ich bin echt mal gespannt, wie er auf mich direkt reagieren wird. Was geht ab, Ussi? Ja, Ussi, bist du das hier etwa? Alter, nee, das bist du nicht, oder Ussi? Nein, Ussi, das bin ich. Hallo, ich bin der Grüne. Du weißt, ich bin auch grün. Oh yeah. Ach so, stimmt, Elli, du bist ja meine Schwester. Alle mit sich hier, haha. Äh, einen Moment mal. Stimmt, Leute, meine Schwester ist ja auch grün. Ach, sie ist wirklich, das ist nicht so. Jo, Ussi, Alter, wie stark bist du denn bitte? Oh man, ich bin voll der Noob, ich habe gar keine Muskeln, oder? Warte mal, du bist das, oh man, was ist mit dir passiert? Ey, warte mal, im Ernst, Ussi, ich habe ihn auch gar nicht erkannt. Ich fände lieber weg von ihm. Geh weg von mir, ich bin nicht jeden alleine. Hahaha. Ey, yo, Elli, jetzt warte doch mal bitte. Du kannst mich einfach am Stich lassen. Oha, Elli, du hast ja voll krass trainiert. Yo, du siehst ja richtig heftig aus. Oh ja, du weißt schon, hier in diesem Spiel kann man nur Junge sein. Deswegen bin ich auch gerade ein Junge. Aber schau mal, ich bin richtig stark. Oh ja, du hast recht, man kann ja irgendwie nur einen Jungen auswählen. Aber ich muss ehrlich sagen, du hast dich voll gut trainiert, Elli. Warte mal, was? Oha, Ussi, du bist auch voll gut. Oh man, ich bin leider so ein Noob. Ich bin wirklich gar nicht stark, Leute. Oh man, wenn die wüssten, wie stark ich wirklich bin. Mhm, oh ja, okay, das wissen wir schon, dass du schwach bist. Jetzt schau mal, was ich schon kann. Warte, ich zeig's dir einfach mal. Soll ich direkt dahin gehen? Warte mal, direkt dahin gehen? Oha, Elli, du bist echt voll stark, wirklich. Aber wisst ihr was, Leute? Zumindest bin ich größer als ihr. Haha. Äh, ganz ehrlich. Mann, du bist größer, oh Mann, das stimmt gar nicht. Die Größe bringt auch dir gar nichts aus. Sie kommt auf Stärke an. Schau dir mal an, was ich jetzt mache. Mhm. Warte mal, was du jetzt machst? Oh Mann. Ja, ganz genau. Elli, ich will hier vorne die Bankpresse machen. Warte, ich probier's auch mal. Oh Mann, Leute, schaut euch das mal. Ich hab einfach alle Gewichte drauf. Mal schauen, ob die es überhaupt bemerken. Mhm, Ossi, ich brauch dir gar nicht zuzuschauen. Bestimmt hast du nur so richtig schlechte Gewichte. Äh, warte mal, was hast du da? Okay, Leute, schnell die ganzen Gewichte hier runter machen, bevor ich's noch bemerke. Schnell, 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 schnell. Was war da gerade? Ich hab's schnell die Gewichte entfernt. Okay, ähm, was meinst du bitte, Ussi? Hier ist doch gar nichts. Ich trainier' ohne Gewichte. Schau mal. Und bam, ey. Oh Mann, ist das schwierig, Alter. Seht ihr das? Haha, du, du trainierst einfach nur die Stangen. Wie lustig. Äh, warte mal, nur die Stange. Oh ja, ich bin so schlecht. Schau mal, mein Körper kann leider nicht so viel. Schau mal, da sind schon meine kleinen, äh, meine kleine Brust, die trainiert sich schon ein bisschen. Oh Mann, ich bin so schwach, wirklich. Hahaha. Ah, hahaha, du bist so schwach. Oh Mann, Ussi, das ist so lustig. Wir beiden die Stärksten, oder nicht? Oh ja, ganz genau, er ist so schlecht. Oh, ihr seid auf jeden Fall die Stärksten. Leute, wenn die einfach wüssten, man kann hier vorne doch einfach einmal hier auf die Rangliste schauen. Und dann sieht man doch, dass ich der Allerstärksten bin, Leute, wenn die das einfach wüssten, Mann. Hier, schaut euch das, Mann, Leute. Hier oben bin ich. Hier ist Ussi und Leia. Und ich meine, äh, Elli ist irgendwo da ganz unten, Leute. Aber egal, einfach so tun, als würde es nicht stimmen. Oh, oh nein, ich hab wieder die krassen Gewichte drauf. Schnell die Gewichte entfernen und boom. Oh Mann, Ussi, ich bin so schwach, wirklich. Ich bin so stark. Schau mal meine Aura an. Was? Du hast sogar eine Aura? Oh Mann, ey. Na gut, chill, Krönengang. Ich würde sagen, langsam, langsam zeig ich, dass ich doch gut bin. Ich würde sagen, wir fangen erst mal an. Als allererst aktiviere ich mal meine Aura. Oh Mann, du hast so eine gute Aura, Ussi. Ich hab gar keine Aura. La, 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 la. Mal schauen, wie er drauf reagiert und direkt in Stumm. Ja, Ussi, was geht ab? Ich hab leider gar keine Aura. Oh ja, ganz genau. Du hast gar keine Aura. Warte mal, was ist das? Oh yeah. Hey, Ussi, schau mal. Ich hab irgendeine Aura bekommen. Oh ja, keine Ahnung, was das für eine Aura ist. Die hab ich irgendwie so geschenkt bekommen. Kein Plan. Und schau mal, ich bin noch ein bisschen größer als du. Warte mal, Orgsi, die kriegt man nur 0,01%. Oha, Orgsi, wie gut bist du denn bitte? Ey, Ussi, Mann, das kann doch nicht sein. Egal, komm, wir müssen schnell trainieren, damit wir stärker sind als Orgsi. Hey, Elli, wo denn rennst du bitte? Oh Mann, die wollen weiter trainieren. Oh Mann, ihr seid doch eh schon stärker, Ussi. Ich bin voll schwach. Okay, Leute, mit der Aura, hier hab ich dich schon mal komplett beeindruckt. Und ich würde sagen, Leute, ich werde jetzt noch einmal hier vorne direkt noch ein bisschen weiter trainieren. Und zwar, Leute, ich werde hier vorne das jetzt ein bisschen trainieren. Und zwar auf richtig hohen Gewichten. Hey, Ussi, ich will mal die gleichen Gewichte wie du ausprobieren. Die lagen hier noch rum. Glaubst du, ich schaffe das? Oh nein, das schaffst du nicht. Äh, haha, also wenn du das schaffst, Orgsi, dann gebe ich dir 100 Euro. Das schaffst du eh nicht. Ja, okay, wartet einmal. Das sind ja richtig Fake-Gewichte, Leute, oder? Hä, mach mal, Fake-Gewichte, warte, gib mir das mal. Oh Mann, das ist ja voll easy. Schau mal, Ussi, warum darf ich das einfach machen? Das sind bestimmt Fake-Gewichte, ne? Oh ja, ganz genau. Ja, probiert du einfach mal, mal schauen, ob du es auch umbekommst. Und er kommt gar nicht hoch, der Ärmste. Hä, Ussi, was machst du da bitte? Komm doch mal jetzt hoch. Was für Fake-Gewichte, das sind richtig echte. Hä, warte mal, wie kann das sein, dass Orsie das sehen kann? Oh, Ussi, du kannst das ja noch ganz, ganz bisschen raus. Oh Mann, hey, Ussi, aber warte mal hier vorne. Ich hau noch mal ein paar Mehrgewichte raus. Schau mal, das sind wirklich Fake-Gewichte. Schau mal, das ist ja voll locker. Hä, wie machst du das mit Orsie? Warte mal, das ist sehr locker. Oh Mann, was redest du bitte? Das ist richtig viel. Was redest du mit Ussi? Schau mal, ich glaube, das sind wirklich Fake-Gewichte. Ussi, ich stumm mich kurz, ja? Oh Mann, Schildkröten-Gang, hört euch das mal an. Der arme Ussi, der checkt gar nicht, dass das eigentlich schon eine richtig weite Stufe ist. Leute, ich bin eigentlich schon bei 100.000 an Stärke. Schau mal, ich trainiere hier einfach noch ein bisschen. Schau mal, Leute, ich kann nur 15 Kilogramm heben. Ich muss hier einfach alles komplett hochleveln und das werden wir heute auf jeden Fall schaffen. Wieso kriege ich das mit hoch? Ist das einfach ein Fake-Gewicht? Ich kann zumindest hier richtig viel. Schau mal, Ussi, das schaffst du niemals. Warte mal, das schaffe ich niemals. Oh, habe ich viel Gewicht, dass du denn drauf warte? Ich probiere es einfach mal. Okay, schau euch das mal, Leute. Ich nehme jetzt direkt einfach alle. Boom, boom, boom. Alter, Ussi, ist das irgendwie hier kaputt, dieses Teil hier? Schau mal, ich kann einfach alle nehmen. Schau mal. Warte mal, was? Das ist doch nicht kaputt. Das ist ganz normal und du wiegst 100 Kilo. Wow, warte mal, Ussi. Du kriegst gerade einfach über 100 Kilo auf die Reihe. Alter, wie was ist das denn bitte? Ussi schafft ja nur 15 Minuten. Du bist ja voll stark. Hä, warum? Oh Mann, Leute, ist das so richtig oder was? Mach ich das so richtig? Hier, schaut doch mal, Leute. Ist das so richtig, hä? Ussi, wie machst du das denn bitte? Wie ich das mache? Check das mal ab, Ussi. Das ist doch voll einfach. Ach, äh, warte, ich geh kurz zum Laden, Ussi, ich hol mir kurz was zu essen. Und boom, direkt gestummt. Okay, chill, grünen Gang. Während Elli dort noch triniert und Ussi dort hinten, würde ich sagen, ich geh mal ganz schnell zum Laden und hol mir einfach hier vorne ein paar leckere Sachen. Und zwar das hier, Leute. Das sieht einfach so lecker aus. So, 3, 2, 1 und mh, 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 mh. Schmeckt das lecker. Okay, was soll ich mir noch? Einmal das hier, das hier, das hier. Und ein schönes Proteinpulver. Woll man sich natürlich auch noch gönnen, Leute. Boom, schönes Steak, Leute. Und eine Proteinbar. So, ich esse das mal alles. Bam, bam, bam. Mh, 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 mh. Okay, Ussi, ich trainiere dann hier vorne ein bisschen. Oh, zack, ey. 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 Wow, okay. Wie viel Ausdauer hast du bitte? Oh, hart, wie machst du das bitte? Du bist ja richtig stark. Nein, du bist ja richtig stark. Und wie machst du das? Wie ich das mache? Na, voll locker. Schau doch einfach mal nur. Ich trainiere hier nur ein bisschen Klimmsügel. Könnt ihr das denn nicht so gut wie ich? Okay, Schildkrötengang. Ich check mal ab. Ich schau mal. Hier, meine Ausdauer trainiere ich gerade. Ich muss auf jeden Fall hier noch alles richtig hochleveln. So, boom. Wow, Sie, du bist voll gut. Hey, ich schau mal gerade in einen Schulwettbewerb. Den haben wir leider schon verpasst. Sollen wir beim nächsten Mal teilnehmen und wirklich schauen, wer stärker ist, hm? Oh, wow, Elli. Das ist eine super Idee, oder nicht? Ussi, dann sehen wir ja wirklich, wer stärker ist. Aber bestimmt nicht ich, oder? Weil ich bin der Schlechteste hier, Leute. Oh, ja, ganz genau. Du bist wirklich der Schlechteste. Haha. Na gut, Leute. Ich komme gleich wieder. Okay, Leute. Ich stumme mich eben. Ich gehe so lange ins andere Gym und trainiere dort bis, Leute, gleich einfach. Okay, let's go, let's go, let's go. Boom, boom. Ich gehe jetzt einmal ins U-Bahn-Gym, bis wir gleich einfach beim Schulwettbewerb teilnehmen. Oh, yeah. Und boom, Leute. Direkt sind wir im U-Bahn-Gym angelangt. Denn hier gibt es noch viel, viel krassere Gewichte. Checkt das mal ab, Leute. Ich trainiere gerade einfach meine Beine mit 2.500 Kilo. Alter, wenn das Ussi sehen würde. So, bap, bap, bap. Wir trainiere mal unsere Beine ganz hoch. Und, Leute, ich würde sagen, ich habe genug vom Dünnsein. Ich werde mich jetzt einfach richtig stark machen. Schaut euch das mal an, wie meine Beine wachsen. Oha, wie krass ist das denn, bitte? Let's go, let's go, let's go. Boom, boom, boom. Wir müssen hier in Combat reinhauen. Leute, wir checken das mal ab. Unsere Beine sind jetzt einfach auf 71%. Wir werden uns jetzt komplett hochleveln. Nämlich, Leute, was ich euch gar nicht gesagt habe. Wenn man ganz hoch ist, Leute, wird man irgendwann wieder richtig dünn. Das heißt, man ist dann in so einer Shredded-Phase, Leute. Und jetzt werde ich einfach in eine Phase gehen, wo ich wieder richtig krass aufbaue. Und dann werde ich die gleich nochmal sehen. Und dann will ich mal sehen, wie Ussi und Elli richtig Auge machen. Oh, ja, das will ich dann sehen. Boah, schaut euch das mal an, Leute. Meine Beine sind einfach so gut leveln. Maximo, bist du bitte? Ähm, ich bin kurz beim Laden hinten, Ussi. Ich komme gleich. Alter, Leute, wenn der wüsste, dass ich einfach meine Beine gerade gemacht habe. Okay, ich würde sagen, Leute, wir brauchen ein bisschen Bizepsübung. Nee, nee, ich würde sagen, zuerst nehmen wir ein bisschen unser, ähm, hier, wie heißt das nochmal, Leute? Und zwar einfach unser Sixpack. Oh, ja, schaut euch das mal an. Und so, boom. Das Ganze ist nämlich eine Schultern-, Sixpack- und Trizepsübung. Oh, yeah, das werden wir einfach mal machen. Und, boah, schaut euch das mal an, wie meine Muskeln immer weiter wachsen. Alter, jetzt wird komplett reingehauen. Boom. Oxi, Schulwettbewerb findet gleich statt in zwei Minuten. Da musst du dich auch drücken und es gibt kein Zurück mehr. Äh, nein, 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 ich werde mich ganz bestimmt nicht drücken. Und ich werde da auf jeden Fall hinkommen. Oh, Mann, Leute, wenn Ussi wüsste, dass ich einfach schon bei der U-Bahn bin und komplett krass am Trainieren bin. Schaut euch das mal an, Leute, wie ich hier einfach alles aufbaue. Boom, boom, boom. Let's go. Äh, Oxi, was hast du gerade gesagt? Du warst nicht so stumm. Ach so, äh, nichts, nichts, nichts. Alles gut, Ussi. Ich komme gleich und zack, direkt stumm. So, bam, bam, bam. Drei, zwei, eins. Und ich würde sagen, genug trainiert. Bam, ey. Alter, Leute, schaut euch mal bitte meinen Oberkörper an, Junge. Wie krass sehe ich denn bitte aus? Okay, ich muss auf jeden Fall hier vorne noch ein bisschen meinen Nacken trainieren, Leute. So, hier vorne Bizeps und so weiter. Boah, sehr guter Training. Oh, Ussi, bist du schon... Äh, warte mal, Leute, was macht Ussi bitte im U-Bahn-Gym? Wie ist er hier reingekommen? Oh, ja, was ein wunderschöner Tag im U-Bahn-Gym. Och, sie ist aber hier noch nicht und er kann auch nicht mal hier hinkommen. Oh, nein, Leute, Ussi trainiert da vorne. Warte, ich setze mich mal zu ihm und verstelle einfach meine Stimme. Oh, ja, 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 was ein schöner Tag. Ich trainiere hier auch ein bisschen. Oh, meine Leute, das sollte klappen. Ja, 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 ich trainiere ein bisschen. Yo, Carsten, mein Bester, bist du das? Jo, ja, ich bin der Carsten, was geht ab? Ich trainiere gerade ein bisschen. Na, wie findest du's? Jo, wie ist die Aufwandpflege bei dir heute? Jo, alles gut, ich trainiere ein bisschen. Jo, man sieht sich nachher, ja. Okay, Freunde, das war echt knapp, Litzko. So, mich war ich da drin und der Allerstärkste werden. So, Leute, jetzt, wo Ussi abgelenkt ist, noch mal ein bisschen meinen Sixpack trainieren, damit ich ihn auch richtig stark aussehe. So, boom, ey, let's go. Jetzt wird hier komplett einmal noch reingehauen. Bam, bam, bam. Alter, ist das schwer. Aber ich muss auf jeden Fall noch meinen Sixpack aufbauen. Und, Leute, wisst ihr was? Während Ussi jetzt einfach hier schon in diesem U-Bahn-Gym ist, können wir eigentlich gleich uns auch einfach mit ihm treffen. Dann werden wir hier einfach so einen illegalen Contest machen. Oh, ja, ich zeige euch dann gleich, was das ist. Das wird so cool. So, weiter geht's, Leute. Immer weiter schön trainieren. Hier, Leute, immer schön hier einmal meinen Sixpack trainieren. Und ich würde sagen, Leute, unser Sixpack ist jetzt einfach auch noch bei, wartet einmal, 100% und boom, checkt das mal ab. Alter, Leute, wir sind einfach raus wie eine Maschine. Und da werden wir gleich auf jeden Fall gegen Ussi antreten. Ich würde sagen, sonst fehlt noch unser Bizeps und einmal unser Rücken und unser Vorarm. Das machen wir noch ganz schnell. So, ich würde sagen, wir ballern noch ein paar Klimmzüge, Leute. Bam, bam, bam. Schaut euch das mal an, Schildkröten, Gang. Wir sind einfach schon bei 1,24 Milliarden. Und ich würde sagen, gleich zeigen wir uns auch einfach dem Ussi, schau mal, der trainiert gerade einfach neben mir. Äh, warte, ich verstehe mal meine Stimme. Und, Kleiner, was machst du da? Ich trainiere gerade richtig gut. Ich trainiere gerade auch richtig gut. Hm, was hast du denn bitte vor? Machst du etwa gleich einen Wettbewerb oder was? Oh, ja, ganz genau bei Siegel Competition. Oha, das ist ja richtig cool. Okay, Schildkröten, Gang, wir werden auf jeden Fall gewinnen. Müssen nur noch hier ein bisschen trainieren. Schaut euch mal an, was für ein Muskelprotz wir schon geworden sind. Alter, Leute, stellt euch mal vor, so sehe ich einfach in Real Life aus. Oh, ja, so könnt ihr mich eigentlich einfach in Real Life vorstellen. Ja, ganz genau. Alter, wenn Orks in meiner Nähe ist, dann mache ich ihnen einfach Platz. Oh, Mann, Schildkröten, Gang, wenn er wüsste. So, bam, 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 wir haben unsere Power, wir trainieren direkt rein. Alter, Leute, schaut euch das mal an. Bam, 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 wir sind so OP. Boom. Alter, Leute, schaut euch das mal an. Und, äh, dieser Orks, ist der stark oder nicht so stark? Oh, nein, gar nicht, der ist richtig groß, aber hat gar keine Muskeln und sein Bizeps ist irgendwie nicht fertig. Oh, ähm, okay. Oh, Mann, Schildkröten, Gang, ihr seht schon, ich bin einfach bei 93% beim Bizeps, Leute. Und ich habe fast einfach alles abgeschlossen. Okay, ich muss nur noch hier ein bisschen meinen Bizeps weiter trainieren. So, bam, 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 zack, 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 noch ein bisschen weiter trainieren, dann habe ich es gleich geschafft. Und dieser Orks, wie lange kennt ihr euch schon, hm? Ich glaube schon, seitdem wir zwei sind. Oh, ja, jetzt bin ich auch endlich beim U-Bahn-Gym. Hey, Ussi. Oh, Mann, dieser Orks ist ja noch nicht. Haha, so ein schlechter, ne? Oh, ja, ganz genau, der ist hier gar nicht. Oh, Mann, okay, Schildkröten, Gang, ich würde sagen, jetzt gleich die ich mich. Ich habe jetzt alles auf 100%. Drei, zwei, eins, let's go. Dab, dadab, dadab. Jo, Ussi, was geht ab? Ich bin auch endlich drin. Jo, Ussi, was geht ab? Warte mal, was? Wo bist du bitte? Ussi, siehst du, dass es schon mal die große ist? Jo, Ussi, was geht ab? Ussi, kleiner, ich stehe vor dir, Mann. Bist du etwa zu klein für mich, oder was? Hallo, ich bin hier. Warte mal, warte mal vor mir. Bist du der etwa Minions1506? Nein, 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 Ussi, ich stehe hinter dir, Mann. Siehst du mich etwa nicht, oder was? Dreh dich mal um. Hallo. Okay, Ussi, ich würde sagen, komm mit, lass uns direkt einen Wettenwert machen. Mal schauen, wer stärker ist, ja? Oh ja, ganz genau, ich bin richtig stärker als du. Ja, dann komm doch mal rein, wenn du dich traust. Mal schauen, Leute, let's go, let's go. Ich werde Ihnen auf jeden Fall zeigen, wer hier die Hosen an hat. Leute, schau mal, wie stark ich einfach geworden bin. Äh, Kohle, Muskeln und warte mal, steht da über der 1,43 M. Oh ja, 1,43 Millionen, Ussi, verstehst du das, Bro? Warte mal, du meinst wohl 1,43 Minions arbeiten für dich, oder? Nein, 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 1,43 Millionen stärker. Und jetzt gehen wir in den Kampf direkt rein, let's go. Ja, Ussi, wo bist du eigentlich? Oh, ich weiß nicht, stark ich bin, haha. Warte mal, was, du bist der Muskelprotz, äh, Ussi, du bist der dahinter. Oh ja, ganz genau. Oh Mann, Ussi, du wirst schon sehen, wer gewinnt. Oh yeah, Leute, ich würde sagen, wir starten direkt einmal rein. So, da bin ich, Leute, und neben mir ist Ussi. Ihr könnt ja mal ruhig entscheiden, wer sieht stärker aus. Oh, 3, 2, 1, let's go, Ussi. Und jetzt wirst du dich gleich bei mir entschuldigen. Ussi, hör mal zu, ich war die ganze Zeit schon viel, viel stärker als du. Schau dir das mal an. Warte mal, was. Let's go, Schildkröten, ey. Ich schaffe es gar nicht. Ich werde auf jeden Fall gewinnen. Bam, 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 bam. Und bam, erste Runde abgeschlossen. Okay, weiter geht's zur zweiten Runde. Ussi, mal schauen, wer die zweite Runde gewinnt. Hast du eigentlich bis zum Ende gerade geschafft? Oh ja, ganz genau, ich bin der Erste. Oh man, hey, Ussi, ich hab irgendwie das Gefühl, dass Ussi viel stärker ist als du. Das kann doch echt nicht sein, oder? Wieso ist er bitte stärker als du, hm? Oh man, er ist viel zu stark. Was redet ihr bitte, Leute? Ich bin doch nicht stärker als Ussi, Mechus, Alter. Ich bin doch voll schwach bestimmt. Okay, Schildkrötengang, ich will das komplett einmal reinhauen. Let's go, Schildkrötengang, wir probieren hier diese ganze Linie einfach voll zu füllen. Let's go, Mann. Einfach komplett alle reinhauen. Lass auch nochmal ein Like und ein Abo da, Leute. Ich bin hier richtig am Rufspam. Oh man, ich kann nicht mehr. Okay, ich würde sagen, Ussi, lass mal abchecken, wer gewonnen hat. Ich bin echt richtig gespannt. Okay, und ich bin Erster. Ussi, ich hab gewonnen. Ich bin Zweiter. Oh man, aber das ist so unfair. Ich hab gewonnen. Oh man, Ussi, du bist ja echt viel stärker. Hast du jetzt am Anfang nur so getan, als wärst du einen nooten? Ja, du hast es gecheckt, Elli. Ich hab's nur so getan. Ich bin der absolute Pro. Und dann würde ich sagen, Schildkrötengang, falls euch dieses Video gefallen hat, lasst du mit einem Like und einem Abo da. Hier rechts und links findet ihr noch weitere extrem coole Roblox-Views. Und ja, Leute, ich würde sagen, im nächsten Video von GymLeaks-Simulator, Leute, gehen wir einfach dann direkt in die nächste Form. Und zwar zeige ich euch das einfach mal. Wir gehen dann einfach hier in diese Form. Deswegen, Leute, lasst mir ein Like und Abo da. Denn jetzt sind wir einfach Steine, Leute. Also, Leute, lasst Like und Abo da. Hier rechts und links findet ihr noch weitere extrem coole Roblox-Views. Oh man. Und ja, Freunde, haut rein, Schildkrötengang. Ihr seid die besten. Tschüss, Leute. Abonniert. Ich liebe euch. Tschüss.